Wie beginne ich beim ersten Mal? Hi Leute! Hallöchen! Als Vorbereitung für unseren Retreat im Herbst, und zwar gemeinsamer Fasten-Retreat vom 11. bis 18. November, wollten wir heute in dieser kleinen Videoreihe hier euch mal vorstellen, wie man am besten mit dem Fasten beginnen kann. Also wenn du jetzt gerade so dabei bist, dich noch nie gefastet hast, vielleicht mal fragst du, wie beginne ich beim ersten Mal, dann wollten wir dir jetzt hier ein paar Tipps geben. Genau, kannst du einsteigen? Ja, also ich habe angefangen mit Frühstücksfasten. Das ist so eine ganz gute Methode, wo du halt sozusagen jeden Tag ein paar Stunden fastest, also dann eigentlich die ganze Nacht und dann halt je nachdem, wenn du anfängst vielleicht bis 10 Uhr und dann bis 11 Uhr oder 12 Uhr und das immer so langsam steigerst. Und damit kann man sozusagen den Körper langsam dran gewöhnen, ja längere Zeit auch mal ohne Essen auszukommen. Ja, genau. Also das ist wirklich eine schöne Möglichkeit für den Einstieg, um da sich langsam ranzutasten. Der Körper hat langsam die Zeit, ein bisschen mehr zu entgiften und hat dann eben diese Ruhepausen am Morgen, wo er nicht mit der Verdauung beschäftigt ist, wo er die Energie einfach komplett in die Heilungsprozesse stecken kann, die gerade laufen und nicht eben noch abspalten muss und sich da um die Verdauung kümmern muss. Genau, weil das ist eben das, wo die meiste Energie normalerweise reingesteckt wird. Und so gibt man halt morgens schon dem Körper wirklich die Chance, ja, jeden Tag wirklich zu heilen. Und dann kann man irgendwann dazu übergehen eben, dass man mal sagt, hey, jetzt mache ich mal ein 24-Stunden-Fasten. Da kann man zum Beispiel einfach nach dem Mittagessen sagen, hey, jetzt esse ich bis zum nächsten Mittagmorgen um 12 wieder nichts und dann hat man schon die ersten 24 Stunden mal gefastet. Und so kann man das Ganze eben dann Schritt für Schritt so langsam ausbauen. Und ich würde gerade am Anfang erstmal immer kurze Fasten empfehlen und dann lieber mal öfter. Dass man erstmal sagt, hey, einmal im Monat, einen Tag mal Fasten und dann kann man das Ganze vielleicht mal weiter ausbauen oder dann mal irgendwann zwei Tage, mal ein Wochenende Fasten und das dann auch wirklich in Ruhezeiten legen, damit man auch die Zeit für diese Heilungsprozesse hat dabei. Bei mir ist es jetzt auch so, dass ich eingeführt habe, einmal die Woche einen Tag zu Fasten. Also, dass ich halt dann einen bestimmten Tag festlege, um auch einfach regelmäßig so kurze Phasen zu haben, wo ich quasi dieses permanente Essen unterbreche und einfach mal meinem Darm, meinem Körper eine Auszeit gebe. Und das hat sich bei mir sehr gut bewährt. Einfach wirklich, um immer wieder bewusst neu einzusteigen in den neuen Essenszyklus, der dann auch wieder sechs Tage geht. Oder wie auch immer manchmal, ich gucke dann immer, welcher Wochentag passt mir diese Woche, wo ich halt Fasten kann. In die Kamera, ich versuche hier das zu halten. Okay, danke du jetzt. Genau, und das habe ich gemerkt, dass mir das echt gut hilft und bei dem Morgenfasten ist es auch so, dass ich ganz, also viele Monate auch morgens noch was getrunken habe. Und seit jetzt Anfang des Jahres, also jetzt seit acht, sieben Monaten ungefähr, habe ich daraus einen Trockenfasten gemacht. Also, dass ich halt da morgens auch nichts trinke. Aber das kannst du dann auch selber ausprobieren. Also, geh da wirklich langsam und behutsam vor. Und ich habe einfach gemerkt, dass meinem Körper das total gut tut, wenn er diese Auszeit hat, in der er halt sich regenerieren kann. Genau. Also, das wären so Möglichkeiten, wie du dich Schritt für Schritt auf so ein längeres Fasten auch vorbereiten kannst. Aber wir sind auch beides irgendwie Freunde davon, dass man wirklich da ganz vorsichtig mit sich ist, nicht übertreibt, du musst dir nichts beweisen oder so. Sondern, ja, kannst einfach gucken, was dir gut tut, womit du dich gut fühlst. Fasten ist eben kein Wettkampf. Und hört ja wirklich auf euer Gefühl, wie lange vor allem man da fasten sollte. Und brecht dann auch ab, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Genau. Ja. Das ist so einer der wichtigsten Punkte. Genau. Und für den Start ist es vielleicht auch gut, halt sich Unterstützung zu holen. Deswegen bieten wir halt im November dieses Fasten Retreat an. Vom 11. bis zum 18. November. Und ja, wir denken, dass da wieder eine schöne Gruppe zusammenkommt. Wir haben ein schönes Haus gemietet in einer wunderschönen Natur. Und ja, alle Infos findest du in der Infobox unten. Und dann gibt es noch die anderen Videos. Vielleicht magst du da auch mal vorbeischauen. Genau. Ansonsten machst du es heute wieder. Dann macht es gut und bis dann wahrscheinlich. Tschüss. Tschüss. Tundee Tundee Untertitelung des ZDF, 2020